Musik Hi, ich bin Sophia. Ich war fünf Monate lang in England, in Südengland, in der Fur Down Upperschool. Musik Ich habe mich für einen Schüleraustausch entschieden, weil ich schon immer in ein anderes Land die andere Kultur erleben wollte. Und ich fand, England war extrem spannend und ich wollte unbedingt mal auf eine englische Schule gehen. Musik Mein größtes Highlight, mein schönstes Erlebnis war, als wir in der Winterzeit nach London gefahren sind und uns London einfach so toll geschmückt angeguckt haben. Musik Mein Auslandsjahr hat mich in dem Sinne verändert, dass ich jetzt gemerkt habe, dass man sehr offen sein soll und wenn man offen ist, auch einfach tolle Dinge zu einem kommen kann und man so viel total schöne Sachen erleben kann. Musik Ich fand die Zusammenarbeit mit Duet sehr gut, denn am Anfang wurden wir gut beraten, wo wir hingehen würden, was unsere Optionen sind und auch währenddessen konnten wir uns immer da melden und uns wurde geholfen. Musik Mein Tipp für zukünftige Austauschschüler ist, dass man sehr offen sein soll, neue Dinge ausprobieren soll und einfach Sachen auf sich zukommen lassen soll. Musik 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 Musik